Die deutsche Post Das Firmenzeichen des Postamtes in Deutschland ist die gelbe Farbe. Auf der Post kann man Briefe, Pakete oder Päckchen, Telegramme aufgeben, Korrespondenz postlagernd bekommen, von Telefonzellen für Ferngespräche telefonieren, ein Telefonbuch benutzen und Faxen. In jeder Telefonzelle gibt es eine Gebrauchsanweisung. In der Halle stehen Tische, man füllt dort Formulare aus. Auf jedem Postamt gibt es einen Geldautomaten und man kann Geld überweisen oder überwiesen bekommen. Die Post in Deutschland steht auf einem sehr hohen Niveau und arbeitet sehr abgestimmt. Die Empfänger bekommen Briefe praktisch am nächsten Tag nach der Absendung. Die Briefmarken und Postkarten kann man auf dem Postamt, am Zeitungskiosk oder in einem Briefmarkenautomaten kaufen. Das Postamt ist gewöhnlich von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Den Brief kann man entweder auf der Postabteilung senden oder in einen Briefkasten einwerfen. Die Adresse des Empfängers muss man in der unteren rechten Ecke des Briefumschlages schreiben, die Adresse des Absenders muss sich in der oberen linken Ecke befinden. Zuerst schreibt man den Namen und Familiennamen, dann unten schreibt man die Straße und darunter den Bestimmungsort, das heißt die Stadt, die Postleitzahl und das Land. Die Briefmarke muss man rechts oben aufkleben. Man unterscheidet verschiedene Briefarten. Es gibt einen einfachen, postlagernden, eingeschriebenen Brief. Am Zeitungsschalter kann man Zeitung abonnieren, eine Zeitschrift oder ein Buch kaufen. Preis, diefilled金ie machen werden. Das heißt, was die Probleme geben, nicht mehr, sind sie? Das ist ein Buchseld, eine Kuss, eine Handluft, eine Hilfsrunde. Gebrauchsanweisung. Das ist gute, was für die Handlagerung. Das ist gut, was für jedeätigte. Wichtigste, dann was für nichts, was für die Handlung. Niveau Sehr abgestimmt arbeiten Emfänger Absendung In einen Briefkasten einwerfen Postleitzahl Aufkleben Eingeschriebener Brief Zakasnoe Piesmo Pakete Telegram Telegram Aufgeben Посылки Мелкие Бандероли Telegram Почта Briefe Senden Piesma Отправлять Korrespondenz Postlagernd Bekommen Korrespondenz Einwerfen Einwerfen Piesma Piesma в почтовом ящике Отправлять Briefe Briefe Briefmarken Auf den Briefumschlag Aufkleben Briefe 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 Бандероли Briefe 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 Sie, es soll. Wir sollen. Ihr sollt. Sie, sie sollen. Dürfen. Ich darf. Du darfst. Er, sie, es darf. Wir dürfen. Ihr dürft. Sie, sie dürfen. Wollen. Ich will. Du willst. Er, sie, es will. Wir wollen. Ihr wollt. Sie, sie wollen. Mögen. Ich mag. Du magst. Er, sie, es mag. Wir mögen. Ihr mögt. Sie, sie mögen. Können. Möch. Быть в состоянии. Umäte. Er kann lesen. On может читать. Müssen. Dolgenstvować, в силу необходимости, быть вынужденным что-либо сделать. Ich muss diese Regeln wiederholen. Ich muss diese Regeln wiederholen. Ich muss diese Regeln wiederholen. sollen Die Kinder sollen sich in die Schule nicht verspätten. dürfen Sie dürfen nicht rauchen. Sie dürfen nicht rauchen. wollen Er will schlafen. Er will schlafen. Er will schlafen. Er will schlafen. Ich mag Eis. 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 Es. Ich mag Eis. Das ist. Das ist. Tasse, Gasse, Lassen, Masse, Klasse, Wasser Es zet Nass, Meissen, Fleißig, Weiss, Weissen Das ist die Straße Es ist Hansen-Allen Gassen Er hat nicht alle Tassen im Schrank Ohne Fleiß kein Preis Meissener Porzellan ist in der ganzen Welt bekannt Alles hat sein Maß und Ziel Ich muss meine Uhr reparieren lassen Auf dich kann man sich immer verlassen Am Samstag vor Ostern färbt man die Eier Am zweiten Tag des Weihnachtsfestes gehen die Kinder zu den Nachbarn und singen Weihnachtslieder Gestern war ein feuchtes, windiges Wetter Ich bin froh, mich ein bisschen zu entspannen Jedes Jahr ist etwas Neues daran Im Theater ist alles beeindruckend Szene, Kostüme Im Theater ist alles beeindruckend Szene, Kostüme Ich trinke eine Tasse Kaffee Ich trinke eine Tasse Kaffee Ich trinke eine Tasse Kaffee Ich pью Koffe Man feiert neue Jahr mit gutem Essen Estet Jürgen Jakob Johann Sebastian Bach war ein komponist Der längste Fluss in Deutschland ist der Rhein. Faust hat J.W. Goethe geschrieben. Die Flagge Deutschlands ist schwarz, rot, gelb. Die höchste Spitze Deutschlands ist Zugspitze. Die höchste Spitze Deutschlands ist Zugspitze.